So, jetzt stehen wir hier an unserer Palbox. Ich habe ein bisschen was gemacht letzte Folge. Ich habe zum Beispiel ihn hier in Team genommen, weil der macht nämlich hier das Essen jetzt. Und da habe ich gedacht, das ist eine coole Geschichte, dann brauche ich mich da nicht drum kümmern. Der brät das schön, damit das nahrhafter ist. Können wir mal gerade hier reingucken. Ja, da ist noch, die vier nehmen wir mal raus. Die vier können da rein. Und die Eier brauche ich auch noch. Und dann gehen wir mal auf ein Großbildschirm und ihr könnt dann sehen, wie es weitergeht. So, er hat schon sieben fertig, aber ich werde erst mal hier gerade noch schauen, ob ich meine Rüstung heile machen kann. Ja. Das haben wir alles repariert. Dann können wir mal gerade noch ein paar Sphären machen, weil ich sehe, ich habe nur noch fünf. Wie kriegen wir da hin? Sieben Stück, okay, dann machen wir sieben Stück. Soll sich einer drum kümmern, nein, wir drücken nicht Escape, dann können wir hier vielleicht noch das ein oder andere ablegen. Das eine Essen tun wir jetzt mal hier rein. Die Pilze können wir mal auch hier lassen. Und sonst, ja die Eier würde ich gerne gleich ins Feuer noch machen. Das haben wir hier noch. Das habe ich letztes Mal nicht gesteckt, das können wir noch stacken noch. Feuerdrüse, Eisdrüse. Eigentlich könnte ich den hier lassen. Muss ich nicht mit schlören. So, wie weit ist das hier? Okay, er ist fertig, sehr schön. Dann kann ich das rausnehmen. Weiteres Rezept sind dann die Eier. Und einmal bitte alle machen. Nein, nicht Escape-Teleutung. Hier kommen die weiteren Bären rein. Dann haben die auch genug zu essen hier. Und alles ist gut. So, sind da welche von den Sphären schon fertig? Ah, sofort alle. Sehr gut, dann Dankeschön. Packen wir die ein. Können wir hier noch was produzieren gerade? Achso, dieses Ding hier, das habe ich noch gar nicht gemacht. Produziere den mal gerade. Den Gleiter, da kann ich doch hier mich fortbewegen mit, oder? Müsste ich doch hier runterspringen können, ne? Weil man weiß, wo ich da lande. Obwohl, ich kann ja mich so rechts rufen. Na, das wollen wir mal ausprobieren. Wird jetzt aber gerade nicht gemacht, ne? Ach doch, 69% ist schon fertig. Jetzt kriege ich auch noch Hunger. Passt. Ist fertig. Oh, der dauert aber ewig. Aber den will ich jetzt haben, dann müssen wir gerade warten. Drücke im Sprung. Space, um zu gleiten. Ist der schon ausgerüstet? Ja. Ja, da müssen wir mal gucken, ne? Das heißt, ich müsste so machen und dann nochmal und dann, okay, alles klar, das können wir wohl einen Doppel-Klick sozusagen. Okay. Können wir auch steuern? Ja, das mit dem Steuern wäre beinahe noch schief gelaufen, ne? Oh, guck mal, da können wir hier gleich so eine Sphäre noch nehmen. Hier, das ist Eisen, ne? Das brauchen wir bestimmt bald auch. Ah, ein Kätzchen ist ja noch. Da braucht man noch ein paar von, glaube, ne? Nein, wir schießen daneben, weil wir wollen hier ja fangen. Hat geklappt. Vier Stück haben wir. Sechse brauchen wir noch. Und jetzt ist kein Kätzchen mehr da wahrscheinlich. Da müssen wir mal gucken, wo wir noch eins finden. Hier kommen wir wohl runter, oder? So. Sind die irgendwo Kätzchen? Ich glaube, die waren da um die Äcker, Henkel, oder? Da ist so ein großer. Warte, wir müssen erst wieder Energie sammeln. Da hinten läuft schon eins. Kativa. Da ist noch eine Sphäre, die sammeln wir auch noch gerade auf. Und dann... Nämlich die Axt. Das Viech pennt ja hier, ne? Okay, das war Nummer 5 dann. Sind hier noch irgendwo welche? Wohl nicht. Das ist scharf. Leider nicht. Hier irgendwo noch welche sehen, Kätzchen. Da unten. Da muss ich wohl runter gehen. Achso, wir haben ja jetzt den Schirm. Dann müssen wir das ja schaffen können, ne? Kann ich denn steuern? Okay, ein bisschen... Ah, ich verstehe. Die Steuerung gibt es erst. Okay, 98%, 99%, 100% habe ich es. Wir haben irgendwie ein Level abgekriegt, okay. Vorhin habe ich hier aus der Ferne aber noch eins gesehen, oder? Ah, da links. Das war jetzt, glaube ich, Nummer 6, ne? Oh, schade, schon erwischt. Kriege ich das? Ja, kriege ich. Diesen habe ich wohl schon kaputt gemacht, leider. Dinosom ist ein bisschen mit 14 zu stark. Ansonst gibt es hier keine mehr, glaube ich, ne? Ist hier irgendwo einer? Wohl nicht. Das geht mit der Ausdauer dann auch, wenn ich fliege, okay. Ah, da sind welche. Na, schon erledigt, ne, leider. Warte, dann bedeutet das ja eigentlich, dass ich versuchen muss, den so zu kriegen, ne, oder? 75? Ja, klappt. Das heißt, ich brauche die nur noch einmal anschießen und dann sollte ich sie eigentlich halten können, oder? Gibt es hier noch welche? Ja, da sind die Piglets, oder wie sie heißen. Kein Kätzchen mehr da, leider. Hat jetzt was verloren, das Kätzchen hier vor, was ich nicht mitnehmen kann. Ah, rote Bären, okay. Ja, da ist nur einer noch, ne? Schauen wir mal, ob wir den kriegen. Sieht eigentlich gut aus, oder? Ja. Von denen habe ich erst drei dann. Von denen waren hier unten noch aber welche, oder? Und der ist sogar aggro, oder? Ja. Und dann hat er mich schon wieder fertig gemacht, ne? Jetzt wollen wir hoffen, dass der da reingeht diesmal. Ah, da ist er schon wieder. Aber diesmal müsste ich ihn kriegen, oder? Ja. Die sind schon schwierig, ne? Da brauche ich jetzt nur noch ein Kätzchen. Aber wie der Teufel, so wird es gleich dunkel wahrscheinlich, ne? Ist auch keins da mehr. Kann ich hier runter gucken, irgendwo? Da so ein Rüssel-Elefant, oder was soll man ist. Schade. Gucken wir mal, wie ich da oben noch einen finde. Und es wird natürlich schon wieder dunkel, ne? Da ist noch einer. Da wollen wir mal gucken, dass wir den noch schnell kriegen, bevor es dunkel wird. Da haben wir ihn. Ich glaube nicht, dass er da raus geht, ne? Zehn Stück. Erledigt. Abschlussbonus 209. Gut, dann haben wir ein bisschen gelevelt. Ich glaube, das nehmen wir hier jetzt mit. Da hinten war mal eine Kiste, ne? Und dann nehmen wir noch was, aber da ist jetzt nichts mehr drauf, okay? Warte mal, wir müssen ja den Hochofen bauen, ne? Was braucht man für den Hochofen? Weiß ich nicht mehr. Ah, diese drei. Ich weiß schon, was es war. So ein bisschen Erz schon mal mitnehmen, weil wenn wir den Hochofen bauen, der da kommen wird. Dann haben wir schon mal was mitgenommen. Es wird ja auch dunkel, das heißt, Zeit zum Schlafen, ne? Da ist ein Kätzchen. Ich brauche jetzt nicht mehr, ich habe die zehn Stück. So, kurz schauen. Hier war reparieren, das müssen wir bestimmt machen, oder? Ich habe jetzt mit etwas schlimmer gerechnet. Stoff ist keiner mehr da, aber den habe ich doch da auf der Bergbank eigentlich. Hä? Hatte ich die nicht aufgegeben? Die lagen doch hier drin, habe ich doch gesteckt, oder? Ne, doch nicht wohl. Oder sind die woanders für gebraucht worden? Ich weiß nicht wofür. Könnte sein, ne? Keine Ahnung. So, ne, das ist hier falsch. Ich habe natürlich Eisdrüsen gekriegt. Ah! Ich glaube, das brauchte man wofür, aber zehn Stück brauchte ich dafür, oder? Hm. Hier ist sonst nichts mehr, was ich hier lassen kann, oder? Okay, die sind auch nicht mehr da. Also, die habe ich auch aufgebaut, weil ich die Sphären gebaut habe, ne? Spiegeleier wollte ich da nicht reintun. Das nehmen wir mit. Hier sind die Eier, die können wir mitnehmen, okay. Die Eier, Rezept, rote Beeren, 46, ich glaube, die habe ich jetzt nicht mitgehabt, sondern, ah, die waren hier drinnen noch, ne? Und dann kann man das da auch auswählen, das ist gut. Sieht wohl so aus. Die acht Eier nehmen wir raus. Hier ist noch ein Palladiumbruchstück, dann nehmen wir das auch noch dabei weg. Das ist jetzt die Frage, wer das gemacht hat, ne? Hier können wir jetzt das auch reparieren. So, dann sind wir wieder fit. Und jetzt wird es auch schon dunkel. Ich stoffe mal da rein. Der kann auch dazu. Ja, der Rest bleibt so. Wie weit ist Essen? Der Fox macht das. So. Ja, da könnte man auch schon wieder einsammeln gehen, aber das machen die doch alles alleine, ne, oder? So, kann ich jetzt hier was bauen? Ich kann diesen hier bauen, ne? Ja. Diesen Hochofen, den braucht man, ja. Drei Schussbogen. Okay, tropische Fracht. Ach, Tracht, nicht Fracht. Holztor, hochwertige Werkbank, aber die kann ich noch nicht bauen. Könnte ich aber freischalten, oder? Ah, das ist dafür gut. Aber dafür brauche ich drei Feuerdrüsen, die ich auch schon wieder nicht habe. Stoffgleicher, aktische Narra, damit lässt sich die Gelder besser ertragen, für die Herstellung wird primitive Werkbank gebraucht. Stoffgleicher, tropische Marra, damit lässt sich die Hitze besser ertragen, okay. Drei Schussbogen. Ah, drei Schüsse, drei Pfeile und einer wird nur verbraucht. Das hört sich cool an. Das machen wir mal. Was ist das? Primitive Werkbank, kleines Fangeisen. Komponente zur Errichtung von allerlei Bauten, die kann mit Hilfe der primitiven Werkbank gefertigt werden. Okay, Sandsack. Okay, Barrikaden, aktische Tracht, Giftbogen, Hölzer, Aufbewahrungswarenmöbel, das brauche ich erstmal nicht. Obwohl, hier oben haben wir alles. Ich glaube, ich werde mal diesen hier opfern, dann wird der dann frei. Aber dem ist nicht so. Geschirr zur Handhabung von Foxparks. Ermöglicht es, ist die Foxparks damit bei Aktivierung der Partnerfähigkeit des Flammenwerbers auszurüsten. Hölzer, das ist ein Barmöbel. Ich aktiviere das mal. Dafür brauche ich eine Feuerdrüse noch. Ah, vier Stück davon noch. Gut. So, bauen kann ich denn jetzt hier noch nicht, diesen Ofen, oder? Holz, das ist nicht das Problem, aber die Feuerdrüsen sind das Problem. Eine haben wir, drei bräuchten wir. Dafür müssen wir bestimmt diese Foxparks noch kriegen. Aber, was ist das? Da hat einer was liegen, das ist ein Erz. Oh, ich glaube, wir haben nicht genug Betten, ne? Und das Bett muss auch noch repariert werden. Ich schlaf erstmal so. Alle wach. Gut. Nichts in der Warteschlange, Feuerpfeil. Dafür bräune Feuerdrüse. Nur mal die zwölf Pfeile, wir haben keine mehr. Das sind dann nachher 36. Okay, ah, nicht Escape drücken. Ist hier eigentlich schon was drinnen? Ah, Foxparkgeschirr, das gehört hier hinzu. Auf fünf Feuerdrüsen muss man da haben. Ja, ich glaube, da habe ich keine Chance. Aber hier Level 11 habe ich schon. Das ist schon mal gut, ne? Konnte ich da hier was machen? Hoch, open, ne? Den muss ich ja noch bauen. Die heiße Quelle muss ich auch bauen. Da fehlt mir aber Material für. Also wird das nix. Und ja. Das hilft mir auch noch jetzt gerade nicht weiter. Grillten Bären macht er noch. Okay. Das bedeutet... Zähne Schnellreise eigentlich, ne? Fahren wir da erstmal gerade hin und gucken dann uns nochmal um. Ah, da hinten ist Bolle oder was? Da sind Steine. Da sitzt der Veteran. Da sitzen Gumus. Was war das noch für einer? Cremis? Die könnte ich auch noch zehn Stück einsammeln. Dann kriege ich auch noch Punkte für, ne? Der läuft nicht weg, glaube ich, oder? Warte, wir müssen erst was essen. Läuft nicht weg. Und weg ist er. Und klappt das. Sieht ganz gut aus, glaube ich, oder? Dafür brauchen wir sechs, aber ich habe ein Level abgekriegt dadurch. So, ich glaube, die Kätzchen waren ja durch, ne? Da hinten ist noch dieses Grüne, ne? Kann ich da hinschwimmen oder so? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass ich hier ertrinke. Nee, da kann man wohl durchschwimmen. Dann hole ich mir das Ding doch. Wo bin ich jetzt hier gelandet? T-Funden, okay. Was sind das da für welche? Zu stark. Lambale ist er noch. Okay. Die T-Funden bringen mir jetzt nichts. Die Sphäre habe ich mitgenommen. Diese komischen Viecher brauche ich nicht. Da ist noch eine Sphäre, oder? Nee, ist nur ein Bruchstück. Und da geht es richtig rund. Bilder einer Rocky. Die kämpfen mit dem da. Ich glaube, das ist nichts für mich. Die sind 10er, die sind zu dritt. Bringt mir nichts, ne? Schaffe ich da rüber? Gerade eben so, ne? Okay, die brauche ich jetzt nicht. Laufen wir mal noch ein Stück weiter. Adida, die wären noch ganz interessant, ne? Jetzt habe ich keine mehr, oder was? Das kannst du vergessen, ey. So ein Shit. Okay, das war's dann. Das heißt, ich komme zum Sprungpunkt zurück, weil ich keine Sphäre mehr habe. Doof gelaufen, ne? Sind das da für welche? 10er. Melpaser, kenne ich nicht. Sehen auf jeden Fall hässlich aus. Wie, nur 6 Pfeile fertig gemacht? Und das für einen Scheiß. Schon wieder kaputt. Irgendwie bräuchte ich hier auch mal was waffentechnisch Besseres, ne? Wie lange dauert das? Achso, ich habe jetzt 6 Pfeile genommen, okay. Ja, warum machst du das hier nicht, Kätzchen? Ja, das dauert mir zu lange. Kann man machen. Mir wird essen, ist ja noch drin. Genug. Die nehmen raus, die tun rein. Passt erst mal. Ja. Da brauche ich das Zeug noch. Die Pfeile macht keiner. Das habe ich alles repariert. Jetzt kann ich erst mal mich noch angucken. Werte erhöhen. Ausdauer und Angriff. Arbeitstempo könnte man natürlich auch raussetzen. Vielleicht machen wir das mal so. Aber mehr geht nicht. Bestätige ich erst mal so. Technologie geht auch was, oder wie? Ja, 12 Punkte schon wieder. Wenn ich das freigebe, aber das wird hier nichts, ne? Unbekannter Gegenstand kriege ich nicht. 11 Punkte haben wir noch. Hochwertige Bank. Die machen wir jetzt auch noch frei. Können wir jetzt zwar noch nicht bauen, aber fehlen mir Nägel. Okay, die Nägel machen wir dann noch frei. Holz- und Metallbau. Ah, Metallachs, Metallspitzhacker. Vielleicht sollten wir uns da mal drum kümmern. Wie viele Punkte haben wir noch? Geht. Das macht vielleicht Sinn. Fellrüstung. So, wir sind auf Level 12 schon, dann. Top-Pflanzen-Set. Holz-Tor? Hm, war ja noch nicht. Kleines Fang-Eisen. Drei Punkte haben wir noch. Arzneimittel wäre ja schon, okay. Drei Schussbogen, der ist ja auch noch interessant, ne? Den sollten wir vielleicht mal bauen. Die drei Punkte bewahre ich mir auf. Jetzt macht da endlich einer was mit den Pfeilen. Hier ist nix. Baummodus. Hochwertige Bank. Holz. Ah, die Nägel muss ich erst machen. Das geht auf der primitiven Werkbank. Vielleicht sollte ich mir mehrere Werkbanken hier hinstellen. Das ginge auch, ne? Dann kann da der Pal arbeiten. Obwohl, jetzt ist er gut fertig. Nee, doch nicht. Puh. Da fehlt Holz. Zwei Stück. Dann entsteht ein Baum. Nennen wir den erst. Und er baut noch mal eine Pfeile da weiter. Wolle, Holz, Fasern. Ich brauche unbedingt einen Holzfäller, ne? Das funktioniert sonst nicht. So. Warum macht der kein Essen? Die Eier sind schon fertig. Krass. Rezept wählen. Fertig. Kriege ich hier die Werkbank hin. Da wird schon gebaut. Und dann kann man die bauen. Sechs Stück. Macht das schon mal? Nein, nicht. Es geht drücken. Ist er fertig irgendwann? Okay, noch drei. Jetzt haut der ab, ne? Komm, dann mache ich die drei fertig. Die sind auch schon fertig. Cool. So, und dann ist alles gesperrt. Handfackel. Wo sind diese Steine an der Spitzhacke? Nee, die wollte ich nicht. Ich wollte das neue. Normaler Schild. Wo ist denn die? Ach, die wird wahrscheinlich gar nicht hier gemacht. Kann das sein? Metallbagenbräuche. Ich habe ich doch auch noch nicht. Ich muss erst gießen können dann. Okay. Alter Bogen. Holz. Wieder kein Holz. Okay, dann würde ich sagen, ich mache offline das Holz. Damit wir diesen Dreifachbogen kriegen, weil der taucht ja wohl. Und dann schauen wir weiter, ne? Ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.